Warum kann es gut sein, wenn du eine wichtige Präsentation, einen wichtigen Vortrag in den Sand setzt? Was kannst du daraus lernen für die Zukunft? Darum geht es in diesem Video, auch wenn der Titel für dich sicher erstmal komisch klingt. Was soll gut daran sein, wenn ich einen Vortrag mal komplett versemmle? Du kannst dann drei wesentliche Schritte unternehmen, um zu analysieren, warum das passiert ist, was passiert ist. Und die gebe ich dir jetzt mit auf den Weg. Es wird die Qualität deiner zukünftigen Präsentationen enorm verbessern. Davon bin ich überzeugt. Stell dir folgende Frage, wenn eine Präsentation schiefgelaufen ist. Das Ziel meines Vortrags. Wollte dieses Ziel nur mein Ego oder wollte ich es wirklich selbst? Klingt halb esoterisch, ich meine damit aber folgendes Beispiel. Wenn du eine Präsentation halten musst als Angestellter, weil du befördert werden möchtest. Will dein Ego dann unbedingt diese Beförderung, weil es halt toll klingt, Abteilungsleiter Schmidt zu sein? Innerlich weißt du aber, naja, ich werde zehn, 15 Stunden mehr die Woche arbeiten müssen. Ich werde meine Familie wahrscheinlich weniger sehen. Ich weiß, es gibt Stress zu Hause. Ich werde mich rechtfertigen müssen, warum ich auch mal Samstagabends in die Mail gehe, was ich als Abteilungsleiter einfach machen muss. Das kann tatsächlich sein, dass du intrinsisch, also in dir drin, von dir selbst heraus gesehen gar nicht unbedingt dein Ziel erreichen wolltest. Aber natürlich, wenn hier ein Abteilungsleiter gesucht wird, völlig klar ist, dass du auch deine Präsentation mit deinem Konzept halten musst, um die Stelle zu bekommen. Das heißt, sei nach einem versemmelten Vortrag ehrlich zu dir. Ob es nur dein Ego wollte oder du vielleicht insgeheim ganz froh bist, dass dann Kollege Schumann die Stelle bekommen hat. Also wollte es dein Ego oder wolltest du es wirklich? So eine Erkenntnis kann bei allem Frust, wenn es schief gelaufen ist, weil es sich natürlich erst mal ankotzt, dass Kollege Schumann dann die Stelle bekommen hat. Sowas kann dir aber wirklich helfen, weil du dann deinen inneren Frieden findest. Zweitens, auch das eine interessante Perspektive. Sag dir unbedingt danach, auch wenn es ein Vortrag war oder ein wichtiges Verkaufsgespräch, wichtige Akquise, eine Präsentation, wenn du Selbstständiger auch bist, die schief gegangen ist und du wolltest es unbedingt. Schau anders, bewerte den Vortrag anders zum Schluss. Sag dir, ich bin nicht mein Vortrag oder meine Präsentation. Das ist ganz, ganz wichtig, um wieder in die Spur zu kommen, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Was meine ich damit? Es heißt nicht du, wenn du jetzt Franz oder Franziska bist, nicht du Franziska bist, komplett mit dem Leben gescheitert, sondern du hast halt mal ein Ziel nicht erreicht. Das geht natürlich jetzt sehr in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber Mindset ist auch wichtig beim Thema Vorträge halten, Präsentationen halten, Verkaufsgespräche führen. Du hast so viele Dinge im Laufe der Woche zu tun, die klappen, die funktionieren. Du hast sicher gute Abschlüsse gemacht, du hast gute Präsentationen vor dem Chef, vor dem Abteilungsleiter, vor den Kollegen, wenn du Führungskraft bist, hast du sicher gute Ansprachen auch gehalten. Eine hat mal nicht geklappt. Also definiere dich bitte nicht über diese Sache, die nicht geklappt hat. Du bist nicht dein Vortrag, dein gescheiterter Vortrag. Das ist ein Teil deines Lebens und bitte fühle dich nicht wie der Vollversager. Und drittens, und das glaube ich kann helfen. Überzeuge nicht Titel, sondern Menschen. Wir scheitern oft in Vorträgen, weil wir permanent vor Augen haben, oh okay, da sitzt der Herr Dr. Schumann sitzt da und Dr. Schmidt, wenn du vor dem Vorstand präsentierst oder vor dem Betriebsrat oder der wichtige Kunde, wo du denkst, der ist für mich fast eine Liga zu groß oder zu hoch. Mit der Einstellung, wenn du immer vor Augen hast, da sitzen ja diese großen Tiere vor mir. Das macht dich klein. Du wertest dich damit ab und fühlst eine Verunsicherung. Versuche die Masse des Publikums, ob das jetzt fünf Leute im Meeting sind oder 15 oder 25 oder 500, versuche die als ganz normale Menschen zu sehen. Ich sage immer, ich stelle mir meine Zuschauer nackt vor. Es gibt Kollegen hier im Coaching-Markt, im Präsentationsrhetorik-Markt, die dann sagen, ja, funktioniert doch nicht. Finde deinen Weg, um die von ihrem Sockel runterzuholen, die Menschen, die du als die großen Tiere empfindest. Hat mir Daniel Bahr im Erfolgreich Reden Podcast auch gesagt, er war Gesundheitsminister und ist Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. Als er als Mitte 20-Jähriger seine erste Rede im Bundestag gehalten hat, hatte er natürlich auch schlecht geschlafen. Ja, aber er hat gesagt, hey, ich habe keine Angst vor großen Tieren. Das sind alles Menschen und ich will die Menschen von mir, meiner Art, mit meinem Charisma und natürlich auch mit meinem Inhalt, der durch die Art der Präsentation ja auch gestützt wird. Die will ich überzeugen. Ich will Menschen überzeugen und habe keine Angst vor großen Tieren oder eben vor Titeln. Ja, wenn du so in die Analyse gehst, dann hatte es Sinn, dass ein Vortrag in die Hose gegangen ist, weil dann weißt du, ich fasse zusammen, wollte dein Ego das Ziel des Vortrags, wie die Beförderung oder den großen Kunden, oder wolltest du es innerlich vielleicht nicht wirklich? Wenn du es eigentlich doch selbst gerne gewollt hättest, weißt du, okay, du hast nicht genug dafür trainiert zu Hause, du hast nicht geübt. Also, sei ehrlich zu dir, schonungslos in der Analyse. Wolltest du es wirklich oder wollte es eher dein Ego? Wenn du es wirklich willst, musst du einfach einen Tick mehr dafür tun. Zweitens, du bist nicht dein Vortrag. Wenn du gescheitert bist, ist es nur ein Teil deines Lebens gewesen. Und drittens, überzeuge Menschen und nicht Titel. Sprich, keine Angst vor großen Tieren. Wie du deine Vorbereitung optimal gestaltest, das, da nehme ich dich an der Hand, im intensiven Angstfrei-Reden-E-Book ist verlinkt hier in der Videobeschreibung oder wenn du das als Podcast hörst, in den Shownotes. Und ich lade dich ein, auch noch das Gespräch mit meinem Freund Norman Greta zu hören. Er ist Experte für Zielerreichung, wie du dir Ziele steckst, innerlich im Mindset. Ich habe jetzt gerade nur fünf, sechs Minuten gesprochen. Das ist ein Halbstundengespräch im Erfolgreich-Reden-Podcast. Das waren jetzt drei Learnings daraus. Ich lade dich ein, dieses Gespräch nachzuhören ausführlich und die Dinge umzusetzen. Auch den Direktlink dazu findest du hier in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Analysieren. Wenn mal ein Vortrag in die Hose gegangen ist, zieh die richtigen Schlüsse draus und dann wirst du viel besser und besser vorbereitet präsentieren bei deinen nächsten Vorträgen, wenn die Analyse gestimmt hat. Nicht vergessen, Daumen hoch fürs Video, wenn es dir was gebracht hat. Ich freue mich auf Kommentare und wenn du dir das Angstfrei-Reden-E-Book kostenfrei runterlädst. Bis dann!